Wolle und Fick dich mit dem Scheiß-Sinn oder sein Trost wer möchte zusehen Leandussel auch mitkriegen was sind ich bin 4 5 5 5 was er das ist der Mann Prozent Prozent muss die alte Liedel ich werde die Diamanten in den MN Mülleimer denn jetzt sind die Städte ich mag den Müller mal auf der Welt in die Lava aber er stirbt nicht wie es der Götter bis zu uns Prozent 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 um die Mauerleiterung Prozent die Räder sind kaputt gemacht ich finde die Mauer werden zwar nur dreißig ich habe immer noch dreißig in Inventar, weil du sie dir alle cheaten musstest. Wenn ich jetzt da rein springe, ist keine Lava da, oder? Ja, lag da noch was zufällig? Was? Nee, Elias, es kann gar nicht sein, dass da noch was lag, weil der Leon war nämlich in dem Moment, als du gestorben bist, fast tot. Das, laki noch. Das, laki noch. Das, laki noch. Das. 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 Wer lag da nicht. Danke. Alter gibt mir wenigstens noch ein Diamant. Nee, ich tu die, ich tu vier zurück in die Kiste. und werde euch jetzt bei der D.O.P. Dory! Wo bist denn dein Füger voll im Haus, mein Gott, mich doch verarschen. Euer Haus ist gerade nicht so ein Blut gespürt. So! Okay, jetzt freut den Laus noch. Leeren fällt wieder rein. Aber das war echt einer der geiles Momente. Das war echt so richtig neid. Leon springt hinterher. Nein, wenn du es beurteilen kannst du es nicht. Ja, da kann es ja neue Diamantenformen. Ja, gibt mir meine meine Klasse sind. Ja, das ist dann wohl neues. Abkommen. Ist irgendwo Laus? Ja, ich bin nicht. Nein, ich dachte, ich will jetzt hier Lava finden, weil ich brauch Lava für den Müll einmal. Bei den Lern, die vernichtet hat von der Zombie. Ja, Fick dich. Ich weiß, dass ich die Lava wieder mal kaputt mache. Der ganze Zeit zweimal schlagen, manchmal dreimal. Ja, bis haus ist immer noch das Geister. Und tschüss. Und tschüss. Soll ich mir anfangen, mit dir Rüstung zu machen. Kannst du machen. Nur so zum Teil. Das sind die meisten. Das sind die meisten. Mit Brustpanzer. Ja, das macht mich. Soll ich Lava unterschütten? Wirklich. Also ob du ihn war ja nicht mehr zufällig da, oder? Kann man schützen jemanden Brustpanzer. Soll ich Lava unterschütten? Wirklich. Also ob du ihn war ja nicht mehr zufällig da, oder? Kann man schützen jemanden Brustpanzer. Was machst du? Ja, Leon. Ja, Leon. Wie geht die denn zu? Fick dich, was machst du? Fick dich, was machst du? Fick dich. Ah, du bist so ein Neu-Bundeshaus! Mach weg! Bis so ein Spaß! In das Haus! Wie macht man sich mit, mit Abo und Wasser ob sie gehen? nicht nur 1 und 4 haltet es überhaupt als du machst alles geht das immer lehrt ist so ein Buch weißt du es was denn es ist so schlau gut noch nicht es ist mir gerade aufgefallen dass er noch nicht geht ich bin 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 ich aber kein Thema das war der Leon das kann sich nicht gewesen sein oder da kann unter der Klappenstufe nur um ist ein Helm kaputt weiter ja wir haben aber gleich wieder vier Diamanten hat die Stimme und macht man sich auf die Lehne Alter jetzt brauch ich wieder neue Ideen auch die Tiers verbrannt was ein Opfer der Lerner diesmal musste wohl leider wirklich fahren ich habe das Gefühl ja hier sind ja noch an der Kiste drin von Wanns 4 jetzt ist auch immer 5 ne ganz komisch von den 64 gefangen für uns ja ganz komisch ne ist echt seltsame jetzt muss das nicht das Unrecht hat zwei Gefangenen trotzdem schlechter wo sind eigentlich die die du gefangen hast die habe ich für meine Diaries verbraucht und noch welche von beiden die du die geteatet hast eigentlich hätte ich mir eigentlich meine Diaries die auch verbrennen müssen aber so bin ich ja doch weil sonst hätte ich ja bei einer auch verbrennen sind es wäre total ungerecht gebeten und weiter aber nicht ja ich weiß schon ja nicht weichen und wirklich ne wirklich ich hab die nicht geschickt nein nur und Spaß so Elias Kanzel ist stück und da war einmal noch mal warte mal er ist noch was sie ist denn man kann sein und sie geben man hier ist es zu schlecht wenn die Stimme immer so rum spackt ich dachte sie werden ja alle gar nicht ehrlich noch Leon ja ja ich bin doch aber ich will nicht genug zu dem ja ich bin ich bin aber das mit ihr Schwerd kaputt gegangen es ist zum Glück nichts kaputt gegangen ja Gott sei Dank aus dem Buch von Gott sei Dank hatte der Leon ja noch alles im Inventar was er sich schon getätet hat ne das was er in der Masse hat das ist gescheitert oder was nein die Gäste ich bin ich bin ich bin ich bin so und zwar habe ich eine Frage auf dem Sieg noch in der Ruhe zum Abbau und ja wir haben sie noch sie denn zum Verschenken so weil es dann noch erster echt komm rüber und ich gebe sie denn nach ich habe gerade eine Mail bekommen oder ich bin es gelingt und mit ihr habt ihr hättet denn gut ich bin ich bin ich bin ja sieben denn sie brauchst du sieben 3 6 sieben abhältlich braucht man die Kiste mehr Geld Antworten für die Küste 8 ok also 8 also sieben weil ich habe ein Ziel in der Hand ok wir haben sie mit der Glücksspitze gehabt die Lange ist so ein Spacken und dann gibt es doch ist die Verkiesel dich ok er hat doch du kannst wieder also die Echtigkeit der Diener mit der ja aus Versehen ich habe daran gedacht wenn ich die erste die Tat muss ich die muss ich die Glömer aber in der Lage ist ich will sie gefunden hast bleibt da wo du bist ja weil ich sehen will diesmal weil ich nicht vertraue wo bist du leer ich bin hier unten ich bin hier unten ich bin hier unten ich bin hier unten wo 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 ich bin hier unten